Was ist die Scheune? Eine Ladestation Bike-Lagestation Ich hab gedacht du wolltest da rein und angucken Und da sie waren bei Radiescheune Nach 200 Metern links abbiegen Schon gemacht oder? Ja Platz Lass ihn mal auf Nach 100 Metern rechts abbiegen auf Weinparadies Scheune Rechts abbiegen auf Weinparadies Scheune dann links abbiegen Das ist immer so für Kunden Sie müssen ja bezahlen Weißt du was das extra kostet? Ich muss das Wasser hoch holen Leid umzubauen Nimmst du das jetzt zweimal auf? Ja So Und da sie waren bei Radiescheune Nach 200 Metern links abbiegen Ja Schon gemacht oder? Mhm Und das auflassen mal auf Ja Nach 100 Metern rechts abbiegen auf Weinparadies Scheune Nach 100 Metern rechts abbiegen auf Weinparadies Scheune Machst du schon mal da? So bezahlen wir den Leuten Rechts abbiegen auf Weinparadies Scheune dann links abbiegen Auf Außen Das ist immer so für Kunden Das müssen sie sich nicht bezahlen Das ist etwas extra kostet Wasser hoch Leidung zu bauen Links abbiegen Links abbiegen